Hallo, ich bin Sam und war früher das einzige Kind in der Familie. Mama und Papa taten alles, damit ich gut leben konnte. Sie schenkten mir viel, lösten all meine Probleme und entschuldigten mich sogar vor den Lehrern fürs Schwänzen. Aber eines Tages änderte sich alles. An diesem Tag war ich wie immer auf dem Heimweg von der Schule, als ich plötzlich ein hübsches Mädchen an unserem Tor sah. Sie wartete offensichtlich auf jemanden, aber das war mir egal. Ich ging auf die Fremde zu und sagte, nur heute und nur jetzt, eine Last-Minute-Tour durch die Umgebung. Darf ich bitten, meine Liebe? Früher hat eine solche Anmache immer funktioniert. Aber das Mädchen zog plötzlich die Hand weg und schaute mich an wie ein Idioten. Hau ab, bevor ich die Polizei ruf. Wie unhöflich. Und um ehrlich zu sein, beleidigend. Noch nie hatte mir jemand so die kalte Schulter gezeigt. Und ich wollte ihr eine Lektion erteilen. Ich nahm einen Eimer mit Wasser, ging auf mein Zimmer und lehnte mich aus dem Fenster, um es auf das Mädchen zu gießen. Aber es war niemand mehr unten. Ich war verärgert. Aber dann klopfte jemand an die Tür. Schnell versteckte ich den Eimer mit Wasser und öffnete. Es war Mama. Sam, lass uns zum Mittagessen gehen. Wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Ich ahnte sofort, was los war. Meine Eltern hatten wieder mein Zeugnis gesehen und beschlossen, mich zurechtzuweisen. Widerwillig ging ich ins Wohnzimmer, als ich plötzlich genau das Mädchen sah, das ich gerade mit Wasser begießen wollte. Ich war wütend. Was macht sie denn hier? Sam, das ist Linda und sie ist jetzt deine Schwester. Wir haben sie aus dem Waisenhaus geholt. Meine Augen verdunkelten sich. Warum haben meine Eltern plötzlich beschlossen, so etwas zu tun? Bin ich ihnen nicht genug? Meine Stimmung sank auf den tiefsten Stand. Ich verbrachte das ganze Mittagessen damit, Nudeln auf den Teller hin und her zu schieben und Linda grimmig anzustarren. Aber sie lächelte mich an, als ob nichts geschehen wäre. Schließlich brach Mama das Schweigen am Tisch und bat Linda, ein wenig von sich zu erzählen. Das Mädchen wurde plötzlich sehr traurig. Mit Tränen in den Augen erzählte Linda, wie sie im Waisenhaus schikaniert wurde. Die Ältesten nahmen ihr mit Drohungen das Essen weg und sie musste ständig Hunger leiden. Und als die Lehrerin Lindas Zeichnung zu einem coolen Wettbewerb schicken wollte, haben sie sie zerrissen. Aus purem Neid. Im Allgemeinen tat sie mir sehr leid und ich fragte meine neue Schwester nach einem Spaziergang. Wir kamen ins Plaudern und sie erwies sich als ein recht nettes Mädchen. Ich schlug vor, die neue Bekanntschaft zu feiern und etwas Leckeres zum Abendessen zu kochen. Wir gingen in den Supermarkt und kauften einen Haufen Küchenutensilien. Aber als ich bezahlte, wurde Linda plötzlich von einem Sicherheitsbeamten gepackt. Öffnen Sie Ihre Handtasche, Miss. Lass mich los, das tut weh. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich habe diesen Kerl von meiner Schwester weggestoßen. Wenn du nicht aufhörst, rufe ich die Polizei. Aber der Wachmann grinste nur. Er riss Linda die Handtasche aus der Hand und holte zahlreiche Produkte heraus. Käsekuchen, Erdbeertopping und Marmelade. Ich fürchte, ich muss sie hier behalten. Ich stand unter Schock, aber ich hatte mich schnell wieder im Griff. Nicht nötig. Meine Schwester hat nur vergessen, es herauszunehmen. Natürlich bezahle ich alles. Auf dem Heimweg habe ich Linda meine Meinung gesagt. Sie entschuldigte sich lange und sagte, Die Gewohnheit hat sich seit meiner Kindheit gehalten. Als ich klein war, mussten meine Eltern und ich stehlen. Ich wurde ständig von Verkäufern erwischt. Daraufhin hatten meine Eltern keine Lust mehr, sich mit mir abzugeben und schickten mich ins Waisenhaus. Ja, sie hatte eine schwere Zeit. Ich versprach Linda nicht an meine Eltern zu verraten, aber nur, wenn sie so etwas ab jetzt lassen würde. Zu Hause kochten wir gemeinsam Abendessen und luden unsere Eltern zum Essen ein. Mama lobte gerade unsere Pizza, als sie plötzlich schrie. Linda, Baby, woher hast du diese blauen Flecken? Der blaue Fleck stammt von den Fingern des Wachmanns. Ich wollte meiner Schwester helfen und lügen, aber sie kam mir zuvor. Nun, Sam hat mich geschubst und ich bin versehentlich hingefallen. Ich konnte nicht anders und trat Linda unter dem Tisch. Was redete sie da für einen Unsinn? Sie faltete flehend die Hände und meine Mutter begann mit mir zu schimpfen. Ich hatte plötzlich keine Lust mehr zu essen und ging in mein Zimmer. Vor Wut konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen und am Morgen stellte ich Linda zur Rede. Warum hast du das getan? Entschuldigung, das war das Erste, was mir einfiel. Ich wollte meine Schwester gerade gehen lassen, aber dann erschien Mama. Sam, was tust du da schon wieder? Ich habe sie nicht einmal angefasst. Hör auf zu lügen! Wenn ich das noch einmal sehe, werde ich dich bestrafen. Wieder machte mich dieses Mädchen zum Sündenbock und setzte sich nicht einmal für mich ein. Ich wurde wieder wütend, aber dieses Mal beruhigte ich mich schneller. Immerhin sollte ich am nächsten Morgen mein Weihnachtsgeschenk bekommen. Den ganzen Tag habe ich mich auf das Fest vorbereitet. Ich schmückte den Weihnachtsbaum. Mein Zimmer machte Pfannkuchen und war so glücklich, dass ich sogar diese Demütigung vergaß. Und am Morgen, sobald der Weihnachtsbaum leuchtete, zog ich meine Weihnachtssocke aus und holte eine Schachtel heraus. Ja, das war die Apple Watch, von der ich schon so lange geträumt hatte. Ich wollte die Uhr anziehen, aber dann riss Mama sie mir aus den Händen. Nein, Sam, du wirst sicher nicht dafür belohnt, dass du deiner Schwester wehgetan hast. Deshalb ist dieses Geschenk nicht für dich, sondern für Linda. Happy Linda schnappte sich meine Uhr und umarmte meine Eltern. Und ich erstarrte mit ausgestreckter Hand. Ich begann, dieses Mädchen wirklich zu hassen. Die Ferien waren ruiniert. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und spielte Xbox, aber die Uhr ging mir nicht aus dem Kopf. Ich wollte sie mir genauer ansehen. Sobald Linda unter die Dusche ging, nahm ich die Apple Watch aus ihrem Zimmer und lief zu meinem. Aber ich stieß im Flur mit meiner Schwester zusammen. Sie sah ihr Geschenk in meinen Händen und schrie. Mama, komm schnell her! Sam hat meine Uhr gestohlen! Was? Ich hab sie nur mitgenommen, um sie mir mal anzuschauen! Mama kam auf Lindas Schrei hin angerannt und fing wieder an, mich anzukeifen. Ich verteidigte mich, so gut ich konnte. Aber wieder wollte mir keiner glauben. Und das alles nur wegen dieses dummen Mädchens. An diesem Tag war ich fest entschlossen, sie loszuwerden. Ich wusste nur noch nicht, wie. Aber meine Eltern brachten mich unwissentlich auf eine tolle Idee. Als ich ins Wohnzimmer ging, sortierte unsere glückliche Mutter gerade einige Kisten. Es stellte sich heraus, dass Papa ihr zu Weihnachten ein Set mit Luxuskosmetik geschenkt hatte. Und Mama konnte sich einfach nicht davon losreißen. Ich hatte sofort einen perfekten Plan im Kopf. Abends wartete ich, bis Linda eingeschlafen war, nahm die Schminktasche meiner Mutter und schlich mich in das Zimmer meiner Schwester. Ein paar Mal sah ich meine Mutter, wie sie sich schminkte und genau so bemalte ich die schlafende Linda. Mit Lippenstift, Rouge und Lidschatten. Dann warf ich die Schmink auf den Boden und begann darauf herumzutrampeln. Alles zersplitterte. Genau das wollte ich. Ich packte alles in die Schminktasche, stellte sie wieder an ihren Platz und ging zufrieden ins Bett. Am Morgen wurde ich von einem lauten Schrei meiner Mutter geweckt. Klasse, sie hat also gesehen, was mit ihrem neuen Make-up passiert ist und ist schon losgerannt, um Linda zu bestrafen. Ich konnte mir diese Show einfach nicht entgehen lassen und streckte meinen Kopf in das Zimmer meiner Schwester. Aber anstatt zu fluchen, streichelte Mama Lindas Kopf. Ich beschloss zu intervenieren. Wow, Linda, was hast du denn gemacht? Diese Kosmetika haben doch ein Heiden Geld gekostet. Ich hatte gehofft, meine Mutter wäre sauer. Aber sie lächelte nur und versprach sogar Linda, ihr eigenes Make-up zu kaufen. Damit war das Fass übergelaufen. Ich stand ohne Geschenk da und dieses Mädchen wurde verwöhnt, obwohl sie so viel Mist gebaut hatte. Ich musste es dringend mit jemandem teilen, sonst wäre ich vor Wut geplatzt. Ich lud meinen besten Freund Andy zum Videospielen ein und erzählte ihm beiläufig von meiner fiesen Schwester. Andy stimmte zu und nickte verständnisvoll. Als plötzlich Linda ins Wohnzimmer kam und mein Freund war sofort hin und weg. Er hat den ganzen Abend nur noch mit diesem Miststück geredet. Ich war am Limit. Alle, wirklich, alle haben mich verraten und sich auf ihre Seite gestellt. Ich konnte es nicht mehr ertragen und sobald Andy weg war, habe ich Linda angeschrien. Ich hasse dich! Verstehst du? Ich hasse dich! Und glaub mir, ich werde alles tun, um dich loszuwerden und zurück ins Waisenhaus zu schicken. Linda fing an zu weinen und rannte weg und Mama ergriff meine Hand und bot mir an, in Ruhe über alles zu reden. Aber ich habe mich losgerissen und bin in mein Zimmer gegangen. Ich war zu wütend auf meine Familie. Den ganzen Abend und den nächsten Morgen überlegte ich, wie ich Linda loswerden könnte. Aber wie das Pech so will, fiel mir nichts ein. Um mich ein wenig abzulenken, beschloss ich in der Turnhalle einen Sandsack zu verprügeln, sammelte Sportklamotten und wollte gerade das Haus verlassen, als ich plötzlich die Tür abrupt öffnete und mich am Kopf traf. Ich dachte sofort an Linda und wollte fluchen, aber dann sah ich meine Eltern. Sie waren sehr verängstigt vor etwas. Mit zitternden Händen reichte mir Mama ihr Handy. Da war Linda. Sie saß gefesselt in der Mitte eines Raumes und neben ihr stand ein seltsamer Kerl mit einer Maske. Natürlich wollte ich meine Schwester loswerden, aber nicht auf diese Weise. Ich habe es nicht verstanden. Wurde sie entführt? Sie verlangen 5000 Dollar Lösegeld für Linda. Warum stehst du nur so herum? Wir müssen dringend die Polizei rufen. Aber Mama schüttelte den Kopf und zeigte die SMS. Der Entführer hat meinen Eltern verboten, die Polizei einzuschalten. Sonst wird es nur noch schlimmer. Es war notwendig, etwas zu tun. Und zwar so schnell wie möglich. Ich fing an, im Zimmer auf- und abzugehen und nachzudenken, als Mama mich plötzlich anschrie. Sam, gib es zu! Ist das schon wieder eines deiner Spielchen? Immerhin hast du Linda nie leiden können. Und gestern hast du sogar gedroht, sie loszuwerden. Ich hatte es so satt. Ich schnappte mir das Telefon meiner Mutter und eilte zu Andy. Er hat an der Uni Informatik studiert und konnte herausfinden, woher die Nachricht kam. Ich musste das Mädchen retten und mich von diesen miesen Verdächtigungen reinwaschen. Auf Andy war Verlass. Er hat es in nur ein paar Minuten geschafft. Laut Google Maps war Linda am anderen Ende der Stadt. Andy und ich haben gefälschte Scheine auf einem Drucker ausgedruckt, sie in eine Aktentasche gesteckt und echtes Geld davor gelegt. Andy und ich nahmen ein Taxi zur gewünschten Adresse. Vor uns stand ein kleines Haus. Und es kam mir plötzlich ziemlich bekämpft. Wir versteckten uns unter dem Fenster und schauten vorsichtig hinein. Ich hatte mit allem gerechtet. Aber nicht damit. Linda saß entspannt vor dem Fernseher und taß Pizza. Als ob nichts geschehen wäre. Ich wusste sofort, was los war. Was bist du nur für ein undankbares Miststück! Meine Eltern haben dich zu uns nach Hause geholt und alles für dich getan. Und du? Hast diese Entführung erfunden, um Geld von ihnen zu erpressen? Ich hätte es wissen müssen. Ich wollte sie gerade anschreien, aber da fing Linda an zu lachen. Und Andy auch. Ich kam mir plötzlich wie ein Vollidiot vor. Und dann erklärten sie mir, was los war. Ich hatte nicht vor, unseren Eltern Angst einzujagen. Es ist nur so, dass du mich mit deinen Spielchen total genervt hast. Als Andy und ich uns kennenlernten, bot er mir an, eine Entführung vorzutäuschen. Damit du endlich einsiehst, wie gern du mich eigentlich hast. Natürlich haben wir Mama und Papa um Erlaubnis gefragt. Sie waren nicht nur einverstanden, sondern haben sogar mitgespielt. Nun, warum bist du wütend? Immerhin weißt du jetzt, dass ich dir wichtig bin. Plötzlich wurde mir klar, wo ich war. Als Andy und ich klein waren, kamen wir immer hierher. Zu meiner Großmutter. Sogar mein bester Freund hatte mich verraten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich Linda gehasst habe. Jetzt ist mir klar, warum du so viele Jahre in einem Waisenhaus gesessen hast. Niemand wollte ein Monster wie dich in seiner Familie haben. Linda wurde plötzlich blass und schniefte. Aber ich hatte kein Mitleid mehr mit ihr. Ich nahm mein Geld aus der Aktentasche und ging nach Hause, um meine Sachen zu packen. Meine Eltern hatten mich betrogen. Und ich wollte nicht mehr bei diesen Menschen leben. Wütend stürmte ich in mein Zimmer und schnappte mir meinen Rucksack. Doch dann sah ich eine vertraute Schachtel auf dem Tisch. Es war eine Apple Watch. Sogar noch schöner als die von Linda. Ich steckte sie mir sofort an den Arm, als plötzlich meine Eltern ins Zimmer kamen. Die ist von Linda. Neulich wurde ein Modul-Fotograf auf sie aufmerksam und lud sie zu einem Shooting ein. Für ein Hochglanz-Magazin. Sie haben sofort bezahlt. Wir haben Linda angeboten, ihr einen Laptop zu kaufen. Aber sie hat sich entschieden, das Geld für ein Geschenk für dich auszugeben. Es ist sehr seltsam. Du bist umsonst wütend auf sie. Das Mädchen hat schon so viel gelitten. Ja, fang an zu verkaufen, wie sie das arme Ding entführt und als Geisel gehalten wurde. Jetzt reicht's aber. Ich weiß alles. Das ist nicht das, wovon wir reden. Linda wurde zum ersten Mal adoptiert, als sie zehn Jahre alt war. Es gab noch fünf andere Kinder in der Familie, die alle adoptiert waren. Die Eltern kümmerten sich überhaupt nicht um sie. Sie nahmen die weisen Kinder nur auf, um an Geld zu kommen. Eines Tages ging die ganze Familie zu einem Besuch aus. Als Linda die Straße überquerte, blieb sie an einem Fußgängerüberweg stehen, um ihre Schnürsenkel zu binden. Der Autofahrer bemerkte sie nicht und fuhr sie an. Das Mädchen wurde operiert, aber ein halbes Jahr lang durfte sie das Bett nicht verlassen. Die Adoptiveltern wollten sich nicht um ein Problemkind kümmern und brachten Linda zurück ins Weisenhaus. Vor zwei Jahren nahm eine andere Familie sie auf. Sonst war alles in Ordnung, aber dann verlor der Vater seinen Job und begann zu trinken. Linda wurde jede Nacht wegen aller möglichen Kleinigkeiten verprügelt. Mitarbeiter des Jugendamtes bemerkten große blaue Flecken an ihrem Körper und entzogen der Pflegefamilie das Sorgerecht. So wurde Linda wieder einmal alleingelassen. Aber jetzt hat sie endlich das Glück eine Familie zu haben. Sie wusste nicht, wie sie sich ihrer Lieben gegenüber richtig verhalten sollte. Deshalb mag dir ihr Verhalten seltsam vorkommen. Bitte, tu dem Mädchen nicht weh. Sie ist wirklich eine gute Seele. Ich erinnerte mich daran, was ich zu Linda sagte, bevor ich das Haus verließ. Niemand will so ein Monster wie dich in der Familie haben. Ich schämte mich so sehr. Linda war ihr ganzes Leben lang schikaniert worden. Und dann sage ich so etwas zu ihr? Ich versprach meinen Eltern mich, um ein besseres Verhalten zu meiner Schwester zu bemühen. Aber im Gegenzug bat ich sie, mir wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und keine seltsamen Spülchen mit mir zu spielen. Als Linda zurückkam, bedankte ich mich für das Geschenk und lud sie ins Café ein. Mit der Zeit gewöhnten wir uns aneinander und begannen, wie normale Geschwister zu leben. Natürlich hörten wir nicht auf zu streiten, aber wir versöhnten uns jetzt viel schneller. Ich konnte auch nicht mehr lange wittend auf Handy sein. Er begann öfter zu uns nach Hause zu kommen, aber nicht wegen mir, sondern wegen Linda. So habe ich eine Schwester bekommen. Und wann hast du dich das letzte Mal mit deinen Geschwistern gestritten? Erzähl es mir in den Kommentaren.